Servus zu einer neuen Aufnahme in Anno 1800 zusammen mit Jens. Hallöchen! Wir machen wieder das Multiplayer-Projekt. Heute sehen wir alles wieder was passiert. Ich fange gerade drüben an auf der neuen Welt die einzurichten, langsam aber sicher. Wie immer, Arbeit geht nicht aus in dem Spiel. Was Jens hier drüben macht, werdet ihr vielleicht nächste Woche schon sehen, vielleicht erst übernächste Woche, dann macht er noch einen Stream auf. Vielleicht, dann müssen wir schauen. Ja, je nachdem wie ich Zeit habe und das eingerichtet kriege ich endlich. Der Unterschied ist ganz einfach, liebe Leute auf YouTube. Ihr seht nur meins. Die auf Twitch, die Live dabei sind, können sich theoretisch beide Streams öffnen später. Wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Genau. Dann würde ich sagen, Multiplayer-Projekt, ihr müsst es eigentlich langsam wissen. Wir beide spielen uns am 1800, Anno 1800. Und ja, kann man dazu nicht mehr viel sagen. Ja, eigentlich haben wir nur zwei Piraten als Gegner und das war's. Hoffentlich sind sie leicht, wir wissen es nicht. Also dann starte ich jetzt wieder das Spiel. Weiter geht's. Juhu, ich kann wieder verkaufen. So, das Schiff kommt da rüber. Er hat nämlich was an Bord, was ich da brauche, nämlich den Rumpf. Was hat ein, was hat ein, was hat ein, was hat ein, ach der hat nur die Bücher. Aber es gibt da so geile Bücher, da kannst du auch richtig Ersparnis mithaben. Aber im Moment hat er nix. Hat mal Damcanina da. Schiff fährt schon wieder rüber. Schokolade und Rum. Und bin ich schon Rum? Ja, sicher. Rumproduzieren wir noch nicht, aber das kommt ja nur. Ja. Lotte segelt in Formation. Das war zu spät. Oh. Beim letzten Mal, das war's nicht. Es ist doch da. Ach. Wir können nicht mehr Eisen produzieren, wir haben zu wenig, äh, Stahl, wir haben zu wenig Eisen. Roheisen haben wir jede Menge. Das ist das Problem. Wir müssen von Roheisen wegkommen. Ja, das kriegst du nicht hin. Lotte bereit zum Feuern. Jetzt wird Lachmann. Ich will sterben, aber nicht heute. Blaurod. Ich sag keine 80.000. Darf wir erstmal Ruhe haben von dir? Nee. Ja. War auch nichts zu sehen. Wenn es einer weiß, wie kann man hier eigentlich jetzt drin laufen einmal, es wäre okay, die schön zu wissen. Warum fallen denn unsere Nähmaschinen, da brauchen wir die denn? Ja, ist klar, bin ich bei. Äh, nee. Bin ich bei, dass das produziert wird? Aber irgendwie haben wir je zu wenig Stein auf der Insel. Warte mal, ich guck mal, ob ich nicht was drüber schippern kann hier auch noch. Das war suckig. Das. Ich bitte jetzt holen. Wir haben ein bisschen lange Pool. Der auch. spiele es eigentlich wieder. Oh, Alexi. thema steiner hat sich auch nicht erledigt das läuft die die zutaten wie die konservenfabrik jetzt hätte ich jetzt 289.000 das ist das nonplus ultra mit 300.000 kriegst du aktuell noch nicht die neue welt dann sage ich doch das weizen steigt wieder bei uns auf der insel auf der hauptinsel ich brauche eine fischölfabrik ja der fischöl ist wie eine fischerei bei denen da drüben ja merke ich gerade auch mal gucken ob unsere links gleich wieder anläuft hier unsere nemmaschinenproduktion vorsicht treffe macht ihr denn ja 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 Aber wohin damit? Was ist das? So, ich produziere 31 Sekunden, 31 Sekunden. Mir fehlen Leute. So, ich rufe, ich rufe, ich rufe, ich rufe. So, ich rufe, ich rufe, ich rufe, ich rufe, ich rufe. So, ich rufe, ich rufe, ich rufe, ich rufe. So, ich rufe, ich rufe, ich rufe, ich rufe, ich rufe. So, ich rufe, ich rufe, ich rufe. So, ich rufe, ich rufe. So, ich rufe, ich rufe. So, ich rufe, ich rufe, ich rufe. Wo fallen denn die Fenster hin? Aber das habe ich eher gemocht als anderen, da konntest du sagen, okay auf der Insel soll es nur produzieren, muss sie nicht auch noch um die Leute kümmern. Bei den älteren Russen war 1404, ich weiß auch nicht. So, ich produziere hier alle 30. Wo du herkommst, erledigen doch deine Machinas die ganze Arbeit. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Schiff. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Paco-Rosé kann dich nicht leiden. Achso, den rum muss ich zu dir rüber exportieren, oder? Ja, der muss dann zu mir hier auf die Hauptinsel. Grüß Gott, ein Schuss. Achso, der hätte ja auch keinen Gleitschuss. Ein neuer Auftrag. Die Sonne brennt heiß. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Hilfst du einem alten Mann und seinem Hut bevor? Der Michael macht das bestimmt. Schutz spät. Abgebaut. Erstmal nicht, du. Jauchetank. Okay. beeinflusst Schweine. Wartungskosten plus 30, negative Attraktivität minus 25. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Come on. 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 What? Come on. 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 die ponchos herstellen noch dann brauche ich auch noch kautschuk er könnte eine feuerwache noch daneben also neben die schnaps brennerei rumbrennerei gehört der feuerwache egal was ist ich baue es aktuell eh zu klein von daher bin es noch nicht gewohnt komplett durch die ganze insel zu gehen und sagen da kann ich das und da kann ich jenes bauen aber ich bräuchte hier auf jeden fall ein moment die schiffe kann ich spät auch selbst hier herzustellen kannst du auch aber du kannst auch hier herstellen und ich schicke darüber geht auch so was hatten wir hier noch nie ach schade ach da ist okay also wenn du perlen brauchst sagst du es gelaufen ja noch die brauchen wir später zur schmuckerstellung ich sag es nur muss das mal schauen wo das ist bauen darf ich die jetzt schon ja ja habe ich gerade irritiert etwas deswegen wo ist eigentlich wie heißt deine insel el puerto salamanas quesa ich schicke dir mal ein linienschiff rüber also meine beiden kommen als ein einzelnes oder ja das wird handeln erst für intern handeln nee dann schicke ich dir den klipper auch noch rüber also eine handel zwischen unseren welten ist da also die habe ich gerade eingerichtet die läuft schon ja ich schicke dir trotzdem zwei schiffe rüber ein linienschiff und ein klipper damit du da mehr schiffe hast ja ich sehe schon ich muss komplett durchgehen ich nerve jetzt schon wieder die piraten hier bei mir ist im moment ruhig neue befehle die c färchen hast du gekauft auch schicke ach shit ich wollte doch ja ich drollo steuermann eine quarzgrube habe ich einflussneberei müssen wir das nähe sehen wir haben noch genug essen es passt nichts anderes rein mehr auf das schiff von daher habe ich mal zurück schickt naja alles gut jetzt du bist in der neuen will du limmel ich habe mal ganz kurz rüber geschaut ich muss nur schauen wo ich die ponchos mache weil ich habe ja auch geschaut kai kann ich bauen segelschiffswerft hafenmeisterei reparatur kran kann uns alles noch okay ich brauche eine alpaka farm und danach noch und schweberei ich bin mein leben lang ohne deine makinas infernales ausgekommen das wird sich jetzt nicht ändern ich sehe schon Hm. So, wir brauchen... Erstmal dich mal schauen, was das kommt. Setz dich lieber in den Schatten, Chef. St MK2 St� St Ich kann nirgends hindern. Ich kann nirgends. 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 nirgends. Ich kann nirgends. Ich kann nirgends. nirgends. Haben nirgends. Da sitzt. Zurück. Neue Welt. Ah, ich sehe hier schon mal. Bereit für den Einsatz. Der Himmelsbote, hast du mir rüber geschickt, gell? Ja. Und es liegen jetzt für Schiff Schreck. Jupp. Gemeinsam triumphieren wir. So, aber da habe ich hier noch genug. immer noch zu wenig steuern erwarten neue horizonte ich habe keinen kautschuk aber jetzt läuft alles ich sehe schon ich brauche habe viel zu wenig holz ich bin ganz beschämt ich bin ganz beschämt ich habe mich ab und bekomme nicht schiff und der beschuss bei mir habe aktuell sechs rote punkte rumfahren durch die handelslinie durch aber alles gut hier so 89.000 geschmack auf die freiheit hast du was mit meinem zweiten linien schiffe das gemeint macht welche zweite linien schiff einstieg wieso steht die u1 mit material die europa die kannst du ausladen das war material das ich drüben gehabt habe ja das schicke ich dir wieder rüber nein warte das steht unten ja ich weiß wo da ist der anlegerhafen für den fernhafen fernanleger versuchen sich schon jetzt hier ja aber ich würde sagen hat die verbindung verloren da war der anhänger von einem anderen schiff anhängsel müssen wir warten wenn der wieder oben allerdings bist du fertig mit bauen nicht wirklich und zwar eben wie ich brauche aber kann ich noch einmal machen weißt du was ach kurz noch fertig dann sind wir für heute durch wir wünschen euch einen schönen tag ich zum nächsten mal tschüss